Wir sind die Neuen. Ich meine die Kerle, die in die Fußlaufen der Alten drehen. Bei der Maske, da werden unsere Haare gestylt, geschnitten und so. Ich vermute, dass meine Haare blonder gemacht werden. Meine Haare werden ein bisschen rot gefärbt. Wir kriegen eigentlich viel Zeug in die Haare manchmal, damit es mehr so ölig aussieht. Als hätten wir unsere Haare jahrelang nicht gewaschen. Also ich glaube, ich bekomme auch noch Strähnchen, aber das weiß ich nicht so genau. Die wilden Kerle haben ihre speziellen wilden Frisuren und die galaktischen Sieger dagegen die etwas glatteren Frisuren, damit sie böse aussehen. Sonst kriegen wir manchmal auch Wunden, hier zum Beispiel, und Dreck drauf. Die wilden Kerle leben vom Look. Die leben von der Welt, die wirklich anders ist, als man das von allen anderen Filmen kennt. Auch von allen anderen Kinderfilmen. Weil es wirklich eine Welt ist, die fantastisch ist. Und die kann man nur herstellen über eine Ausstattung, über wahnsinnig liebevolle Details. Jedes T-Shirt hat irgendwas Besonderes und was umgenähtes, was drangenähtes. Wir haben teilweise die Jacke von der Müller, die besteht aus drei Jacken. Also wir haben drei Jacken komplett auseinandergenommen und haben daraus wieder eine neue gemacht. Also bei mir ist erstmal wichtig, dass nichts von der Stange ist. Also selbst eine Hose, die die wilden Kerle anhaben, oder ein T-Shirt, das kann man nicht kaufen. Es wird höchste Zeit, dass ihr eine richtige Mannschaft werdet und eure Trikots verdient. Heißt das, wir kriegen unsere T-Shirts zurück? Nein. Ich spreche von Trikots. Und die bekommt ihr nur, wenn ihr beweist, dass ihr das Zeug dazu habt, die neuen Kerle zu wählen. Ich hab einen Anzug an im Film, weil mein Vater ja reich ist. Hosenträger. Das ist die Besonderkeit an mir. Hosenträger. Ich hab so gut wie immer die Jeans an und die Schuhe. Aber ich hab drei verschiedene T-Shirts. Also ein kurzes, ein, wo ein wildes Kelle-Logo drauf ist und das. Sie werden uns cool finden, weil sie wild sind. Alles ist gut! Und da, wie du meinst bist! Ja!